Bei SDGuru brennt im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte. Jetzt gab es den nächsten Statusbericht und wir schauen mal gemeinsam, wie es denn aussieht. Daneben sprechen wir noch über den neuen Ländermarket-Score, das Early Buyback-Feature von Income Marketplace, neue Kredite auf Peerberry und CO2-Zertifikate statt Zinsen auf Heavy Finance. Wie immer findest du alle Quellen zu den heutigen Informationen im Blogartikel. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ja, SDGuru hat sich im Umgang mit der aktuellen Situation mehr Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehört auch ein umfangreiches und regelmäßiges Update per Mail zu den problematischen Krediten, bis mindestens 80 Prozent von ihnen abgewickelt wurden. Im Laufe des letzten Monats hat SDGuru einiges in Bewegung gesetzt, um das Kreditportfolio zu sanieren. So wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt, über 30 Kreditverträge wurden gekündigt, die Vorbereitung rechtlicher Schritte durch einen Insolvenzverwalter hat begonnen, ebenso wie über 32 Vollstreckungsverfahren. SDGuru scheint also wirklich jegliche Register zu ziehen, um die Kuh vom Eis zu kriegen und das müssen sie auch. Konkrete, positive News gab es leider noch von keinem deutschen Projekt, aber das Ganze muss jetzt natürlich auch erstmal anlaufen und nun können durchaus einige Monate ins Land ziehen, bis man erste Ergebnisse sieht. Dafür gab es aber gute News von einem sehr großen estnischen Kredit, der über mehrere Stages 1,7 Millionen Euro Volumen hatte. Und dieser wurde vollständig zurückgeholt und auch ich war hier investiert. Und überhaupt sollte uns bei den ganzen Ausfällen hier die Statistik Mut machen. Denn bei den bisher eingeholten ca. 20 Millionen Euro betrug die Rendite, wohlgemerkt nach Rückholung, noch immer 9,16 Prozent, was ziemlich gut ist. Was wir als Investoren jetzt aber mitbringen müssen, das ist Geduld. Das müssen sogar auch die SDGuru-Mitarbeiter, denn laut der Status-Mail sind auch viele selbst in die Projekte signifikant investiert. Viel mehr Motivation kann es für SDGuru eigentlich nicht mehr geben, so viel wie möglich zurückzuholen. Die nächsten Monate hier bleiben spannend. Dann hat in der letzten Woche die P2P-Plattform Ländermarket aus dem Hause Creditstar ihre hauseigene Risikobewertung, den sogenannten Ländermarket-Score, veröffentlicht. Dieser soll sich aus den vier Bereichen Transparenz, Rechtliches, Finanzielles und Transaktionen zusammensetzen. Die genaue Bedeutung dessen könnt ihr der im Blog verlinkten Erklärseite entnehmen. Damit stellt sich Ländermarket weiter als Marktplatz auf und übernimmt damit eine Technik, die auch schon Mintos sowie Bonestar etabliert haben. Der Score soll vierteljährlich überprüft werden. Interessant ist, dass die externen Kreditgeber, von denen einer wohlgemerkt aus Nigeria kommt, eine bessere Bewertung bekommen haben als Creditstar selbst. Ich selbst verlasse mich nicht mehr auf die Ratings der Plattform, jedoch sind sie ein schöner Anhaltspunkt, der manchmal wichtige Informationen liefert. Eine unabhängige Bewertung der Kreditgeber von Ländermarket findest du unter anderem auch in unserem Premium-Rating. Dann hat der P2P-Marktplatz Income ein neues Feature mit dem Namen Early Buyback eingeführt. Dieses soll dazu genutzt werden, um aus eigentlich langfristigen Krediten kurzfristige zu machen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Hat ein Kreditgeber beispielsweise einen Kredit, der vier Jahre läuft, kann dieser auf den Marktplatz gestellt und nach beispielsweise zwölf Monaten vom Kreditgeber zurückgekauft werden. Danach wird der Kredit erneut auf den Marktplatz gestellt und kann wiedergekauft werden. Ab dem Zeitpunkt des Rückkaufes ist jedoch der Investor aus dem Kreditvertrag zunächst raus. Die Entscheidung, wie lange diese einzelnen Stages in Anführungsstrichen laufen werden, entscheidet der Kreditgeber selbst und kann somit testen, wie die Kredite am besten an den Mann oder die Frau gebracht werden können. Der erste Kreditgeber, der dies nutzen wird, soll Hovi aus Estland sein, der normalerweise nur langfristige Kredite anbietet. An sich eine nette Option, wenn eine Plattform keinen Zweitmarkt hat, wie bei Income der Fall ist, beziehungsweise wenn der Investor diesen gar nicht erst nutzen möchte. Ansonsten muss man hier die Kredite ein bisschen im Blick halten, dass man sich nicht von den Kreditgebern verarschen lässt. Dann gab es in der letzten Woche von der derzeit wohl beliebtesten P2P-Plattform Peerberry eine Erweiterung des Angebots, damit jeder Investor zum Zug kommt. Denn es gibt nun einen weiteren Kreditgeber aus Tschechien und dieser vergibt kurzfristige Kredite mit einem Durchschnittsbetrag von nur 300 Euro und gehört zur Aventus Group. Das bedeutet, es gibt auch eine Konzerngarantie, auf die man sich bei Peerberry zumindest bisher verlassen konnte. Kredite gibt es aktuell wohl einmal pro Woche. Bisher liegt das Kreditvolumen des Kreditgebers aber lediglich bei 100.000 Euro. Das bedeutet, dass wir aktuell wohl nicht damit rechnen können, dass wir hier riesige Summen auf dem Kreditenmarkt aus Tschechien sehen werden. Am besten einfach einen Auto-Invest anlegen, beziehungsweise schauen, wann die Kredite auf Peerberry gelistet werden und dann manuell investieren. Und dann gab es eine spannende News von der Agrarplattform Heavy Finance. Was würdest du sagen, wenn du statt baren Zinsen CO2-Zertifikate bekommen würdest, die du vielleicht später, sehr viel später, hochpreisig verkaufen könntest? Würdest du das machen? Denn diese Möglichkeit hast du bald mit den Green Loans von Heavy Finance. Die Idee dabei ist, dass Farmer sich bei dieser Art von Kredit verpflichten, mit klimafreundlichen Methoden zu arbeiten, das sogenannte Carbon Farming. Durch die Verminderung des CO2-Ausstoßes können sie und auch du als Investor dann Zertifikate erhalten, die man später verkaufen kann. Mit dieser Art von Kredit ist es für dich als Investor nun möglich, tatsächlich sehr nachhaltig in P2P-Kredite zu investieren. Einziger Nachteil, die Kredite werden sehr lange laufen. Zwar ist die Tilgungszeit recht normal gegenüber den Standardkrediten, jedoch können die Zertifikate erst einige Jahre später verkauft werden. Die Renditen dafür sind aber ordentlich. So geht Heavy Finance in einem konservativen Szenario von mindestens 12% aus, in einem optimistischen bis zu mindestens 50%. Deine Meinung zu diesen Krediten würde mich wirklich brennend interessieren. Schreib mir das mal unbedingt in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder dem Blogartikel.